In der Startnummer 158, Martinos Fantasis, 159, Patrick Rackmüller, 169, 160, Samuel Lanzinotta vom Smash Fitnesspark, 162, Nico Lohinger vom Fitschein, 163, Marcel Galutschi vom Olympischen Sport, 164, Alexander Heimann vom Cleverfit, 167, Alexander Heimann vom Olympischen Sport, 168, Mohamed Mati Asiala vom Olympischen Sport, 168, Angela Ryautasревski, 178, 168, Dik過 20, 218, Jahrhend weigh 4, 169, 189, Alexander Heimann vom Olympischen Sport, 169, Fasten Walken, 186, 199, Für die deutsche Meisterschaft wurde Kark qualifiziert. Viertel und Drehung nach rechts. 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 Und wieder nach vorne zur Frontanzeige. Viertel und Drehung nach rechts. 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 158, 159, 163, 174 und 168. Leicht ein kleines bisschen auf die Seite rüberschieben. Ein bisschen rüberschieben. Rot-Ansicht ein, liebe Herren, vier Finger nach vorne. Viertel-Undrieung nach rechts. Viertel-Undrieung zur Rück-Ansicht. Viertel-Undrieung nach rechts. Viertel-Undrieung nach rechts. Viertel-Undrieung nach rechts. Viertel-Undrieung nach rechts. Viertelumdrehung nach rechts. Viertelumdrehung zur Rückfahrt. Viertelumdrehung nach rechts. Und wieder zur Frontfahrt. Vielen Dank. Bitte noch mal die komplette Klasse. Eine Linie zu einem kurzen Line-Up. Eine Linie noch mal. Das war die vorentscheidende Widerkante. Die Lieben in der Fisik. Über die Linie nach.